erinnerst du dich ganz vage es waren ganz ganz süßere zeiten eigentlich ist es gerade ein bisschen dämlich schwein gehen wir ganz kurz weg ja dann bin ich nämlich hier gerade aus meiner linie gefallen so sein so ach diese erbauliche siedler 5 musik ich bin so ein Idioten haben und sogar noch vergessen die Decke auszuwöhlen das passt naja ich hab da Zeit ich hab aber sonst nichts weiter vor ne läuft ich mach mir mal ganz kurz einen unendlichen Brunnen dahin der Brunnen der Unendlichkeit ein Segen den Nox uns beschert hat ab und zu bin ich doch ganz froh dass Kai es nicht selber handelt du meinst der würde so ne Schelle geben aber der wird uns richtig eine verpassen der Typ ich glaub der wird uns so böse verprügeln dass wir nicht mehr wissen ob er Männlein oder Weibler ja das wär blöd guck mir das an du Schwein geh weg so 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 wo wir haben eine cool reiche karte Das ist sehr schön. Beziehungsweise einen kohlereichen Ort. Solltest du in unserem Berg irgendwo ein einziges Stückchen Eisen finden, direkt werden Schaufeln draus gemacht. Die Massen an Erde, die ich hier bewegen muss. Daraus kann ich einen ganz neuen Planeten zusammensetzen. Oh, das will ich sehen. Und du weißt doch ganz genau, wie ich ihn nennen würde. Der Nox-Planet. Da habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich ganz froh bin, dass Kais sich nicht gegen uns wenden können. Oh, ich teile diese Ansicht. Boah, wir würden so dermaßen auf die Fresse von dem Typen kriegen. Ach, der wird keine vier Sekunden zögern, unserer Exekution zu unterschreiben. Wartet mal, ich habe eine super Idee. Übergebe dieses heilige Dokument den, äh, den Cotisten. Okay. Der Trigger dieses Dokuments ist sofort und lautlos auszuschalten. Dieses Zögern wird bestraft. Der Wisse vom Tod wisse doch hier, äh, Waterfalling. Hey, Nox, wir haben die Quest abgelassen. Was? Wir haben überlebt. Hast du noch eine Aufgabe für uns? Die Storyline war voll mitnehmend. Krampfadern auf der Stirn. Da fliegen gleich die Augenkappe weg. Boah, ich glaube, der kriegt der richtige Stress-Boost, ey. Ach ja, meine Spitz hat gerade Tschüss gesagt. Ja, dann musst du gerne eine neue machen. Oh Gott. Das ist alles schon richtig so. Aber warum? Wir erfüllen deine Aufträge mit bester Zufriedenheit. Da müssen wir uns bei den Entwicklern... Unser NPC hat gekündigt. Wie habt ihr das gemacht? Wir müssten uns wirklich mal wieder besuchen. Da waren wir doch vor Wochen das letzte Mal. Ja, das vermisst du doch bestimmt schon wieder. Ich glaube, der ist ganz froh, dass er hat das nicht gehasst. In seinem Kopf läuft doch schon wieder Hello, Duck is my old friend. Ich glaube weniger, dass es bei dem ist. Nein, das glaub ich nicht. Ich glaube, der hat eher so Melodien wie... Endlich sind sie weg. Sie sind nicht mehr da. So, jetzt kann ich erstmal ein bisschen Getreide direkt anbauen. Aber wenn ich mir überlege, wie krass wir das Spiel gesuchtet haben, nur weil wir diese komische... Gubel-Greif haben wollten, dass wir unsere Haustiere hochpuschen konnten. Na gut, einmal am Tag fünf Minuten ist nicht das süchtigste auf der Welt, aber der Greif war schon cool. Er muss... Na gut, er ist... Das ist wahr, weil wir ihn besitzen. Jetzt ist er nämlich noch besser. Früher war er cool, jetzt ist er einfach ultra-mega. Ultra-mega? Ultra-mega-Nox. Oh mein Gott, du bist Hobbygärtner. Ich weiß. Faszinierend. Ich möchte gerade den ganzen Weizensamen los, weil die mir das Inventar zu klumpen. Moment mal, diese ganze Reihe wird nur aus für Weizens... Ach, du Scheiße. Bemo, wir werden nie wieder verhungern. Also, wir haben dich dabei. Wir werden verhungern. Och, komm schon. Ich bin doch nur ein ganz kleines bisschen hungrig. Ich will nur ein ganz kleines Snack haben. Du hast komischerweise in diesem Spiel nonstop Hunger. Du willst nur am Fressen. Ja, schon. Aber mir fällt kein Aber ein. So. Es wird übrigens schon wieder Nacht. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Dabei habe ich das Gefühl, ich bin gerade aufgewacht. Oh, komm schon. Es ist weg. Es ist weg. So. So. Ich glaube, ich belasse dann vermutlich vorerst bei einer einzigen Reihe. Bis wir zumindest... Zumindest bis wir den ganzen anderen Rest noch zusammengekratzt haben. Glaubst du ernsthaft dran? Also, ich würde sagen, sobald uns die Lager mit Karotten und Kartoffeln überlaufen, werden für die noch separate Reihen angelegt. Also, ich kenne deinen grünen Daumen. Komischerweise dauert das bei dir nicht lange. Mein grüner Daumen? Was? Nur weil ich den in Goblinblut getränkt habe? Was soll der Geist machen? Dann machen wir gleich vier raus, weil die haben das jetzt sowieso kaputt. Weiß da ist denn das, was du an, äh... Anne? Bermut Excel stopped rocking. Ja, das denke ich mir auch gerade. Ach, sag doch mal schnell. Nahrungsmittel? Nein. An Schaufeln! Jetzt! Ah, so, an Schaufeln. Was du an Schaufeln verballerst, verballer ich hier an Spitzhack. Yeah, ich habe um diese Uhrzeit noch einen vollständigen Satz für halbwegs vernünftig. Ey! Oh, shit, es geht! Von wo? Ich bin im Wasser. Motherfucker, ich bin am Ernten. Ich will Felder bauen. Komm her! Ich mach dich Hackfleisch. Ach, du hast gar kein Fleisch mehr auf den Knochen. Ah, mein Magesüchtiger hier. So, Schnauze. Und du auch Schnauze. Sag dem doch einfach... Und dein Cousin auch Schnauze. Und der große Bruder von deinem Cousin auch Schnauze. Und seinen schwuler Liebhaber ebenso. Und dessen Zwillingsbrüder auch. Oder Drillingsbrüder in dem Fall. So. Effektiv ist die ganze Familiengeneration ausgerottet. Jetzt können wir weitermachen. Was wolltest du sagen? Hä? Ah. Äh, hast du Tick, Trick und Drack gefunden? Und, äh, Tick-Tack auch. Ebenso wie Tulik und sonstigen Kram. Ganz, ganz viele waren das. Betonung auf Waren. Was zum Geiler ist Tulik? Aber woher soll ich das denn wissen? Ich hab grad irgendwas mir ausgedacht. Denkst du, ich hab die nach ihren Namen gefragt, bevor ich mein Schwert durch den Kopf gejagt habe? Denkst du das, Bärmo? Ja. Okay, ich hab es halt getan. Aber sie haben mir nicht geantwortet. Sie haben sich gleich mit Fallen abgeschossen. Genau. Waren unhöflich. Guckt euch diesen Behinderten an. Putz. Und putz. Komm her. Komm her zurück. Hab ich gleich mit der Spitzhack erst mal Erde abgebaut. So wie es sein sollte. Zombie, halt die Schnauze. Ich bin hier grad auf ein Feld zu bauen. Gehst du wohl da? Wirst du mal. Oh, von hinten. Oh, das geht. Du, mich auch. Ich will keine Felszäpfchen haben. Wenn du mir im Fall entgegen schießen willst, dann von vorne wie ein Mann. So, Schnauze. Überall findet man die Kuppe. Einen Vorteil hat es ja bei Minecraft, ne? Ja. Es gibt ja eine Physik-Anion. Zum Glück. Das heißt, man kann wahllos irgendwo aufbauen. Sie ist gelät. Ich will nur Felder bauen. Ja, die sehen das etwas anderes. Ja, das sehe ich. Wir schießen mich von allen Seiten ab. Ich muss mich zurückziehen, glaube ich. Guten Tag, Creepermann. Ich bin nur noch auf der Durchreise. Das stört doch hoffentlich niemanden. Aber ich bin auch gar nicht mehr. Bärmo. What the f... Au, 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 au. Wenn du nicht ins Bett kommst, dann gibt es kein Abendessen. Okay, du hast ja Pfeile im Arsch. Reden wir nicht darüber. Wollten die Leute wieder nicht mit dir spielen und du hast sie wieder zugezwungen heißen? Ich hab den nicht von meinem Hals wegbekommen. Oh, wenn wir genug Diamanten hätten, das wäre geil. Oder was? Hm? Also... Klar, Bärmo? Hast du den Creeper geärgert? Ich brauchte ganz unbedingt diese Cobblestones. Hast du den Creeper geärgert? Okay. Ja. Ja. Ich bin Spaß. Ich bin Spaß. Ich bin Spaß. Hast du... Und du? Ja. Ja. Oh Gott. Let's go bowling. Das ist mega ein Loch in der Decke. If you only care about bowling balls. Bowling. Jetzt bist du so ein grüner Geselle, so ein laufender grüner Daumen bei mir auf meinem Feld. Das geht natürlich nicht. Freund, ich hab hier gerade so einen frischen Bogen. Den möchtest du vielleicht mal austesten, mein Freund? In der Fresse. Oh, der ist abgeprallt. Der hat ein Deflektor-Schild. Ein Creeper mit einem Deflektor-Schild. Bist du einfach noch behindert? So, Ruhe jetzt. Du fragst ernsthaft noch, ob die noch behindert sind? Ja. Bermo, der Pfeil ist einfach am Creeper abgeprallt. Der hat mich anguckt und mich ausgelacht. Ein Creeper. So ein wandelnder grüner Dildo hat mich ausgelacht, Bermo. Kannst du verstehen, was in meinem Kopf gerade vor sich geht? Ein wandelnder grüner Dildo. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Pass auf, jetzt hörst du wahrscheinlich nur noch gejagt von den Viechern. Er hat uns Dildo genannt. Vermutlich. Und dann mache ich mir diesen Umschlag zunutze und verarbeite ich das nur Schaltplattenfabrik. Schaltplattenfabrik? Ja. Ich habe jetzt ein Konzept gefunden, oder erfunden, mehr oder weniger. Denn das habe ich tatsächlich nicht irgendwo geklaut. Wie man praktisch den mit Creepern eine Schaltplattenfabrik bauen kann. Alles, was man braucht, ist ein Namensschild und ein Skelett. Und ein Loch. Gönn dir also. Oder gönn dir. Für gönn dir. Du Schwein, verzieh dich von meinem Feld. So, hier, kommen dann jetzt die Kartoffeln hin. Die Kartoffel? Genau. Dann können wir unseren Wort gar endlich herstellen. Also, es gibt schon nicht so mehr Kohle. Und meine Hacke ist ein Eimer. Dass ich das mal erleben dürfte. Deine Hacke? Meine Steinhacke. Die ist sicher, ob es geht. Ja, da muss ich gucken, muss ich ganz kurz mal eine neue machen. So. Ah, ich kann mir jetzt mal Türen machen. Nicht, dass hier gleich so ein Gebet mehr gestern marschieren. Und das wäre nämlich auf Dauer etwas blöd. Oh, meinst. ist das richtig so 1,2,3,4,5,6,7 wie jeweils das Wasser fließt 8 ok dann ist es richtig so Motherfucker Motherfucker das ist alles noch richtig so hier ist das ne hier ist es falsch oder es muss 7 lang sein 1 3,4,5,6,7 dann ist das hier falsch 1,2,3,4,5,6,7,7, eine alte Frau muss fliegen das finde ich tatsächlich auch alte Frauen sollten viel öfter fliegen vor allen Dingen beim Silberstreifen ist das hier so du willst doch wieder nur schreien sie ist eine Hexe verbrennt sie Deus Vult